Die Frage ist gut. Lieber Jens, du hast uns letzte Woche die Frage gestellt, warum wir keine Wintertags produzieren oder nicht im Programm haben. Erstens, wir hatten die Tags mal im Sortiment, haben sie dann aber rausgenommen. Aber ich habe eine gute Antwort für dich. Dieses Jahr wird Brooks eine Sonderkollektion rausbringen und die beinhaltet eine gebrushte Wintertags. Und ich glaube, die Zeit ist genau das Richtige für dich.